Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Erzengel-Meditation. Diesmal wird uns Zadkiel begleiten. Das ist ein Erzengel, der in der ganzen Farblichkeit des Lila und wir sagen auch Violett dazu steht. Und ja, ich finde ihn unglaublich stark und transformativ in seiner Energie. Was heißt das eigentlich Transformation? Es hat ganz viel mit Wandeln zu tun, mit Umwandeln oder Verwandeln, manchmal auch mit Wandeln. Und so können wir gemeinsam wandeln durch die Energien, die uns heute begleiten werden und die wieder in meine Hände fließen. Mein Name ist Saskia Horn und ich freue mich, dass ich wieder die Brücke zu dir bilden darf, als Klangbrücke, als Klangschlüssel zu deiner Seele. Ton- und Seelenmusik, das ist mein Spezialgebiet als Konzertpianistin, als ausgebildete Konzertpianistin. Und ich freue mich, dass ich heute wieder starke Energien, ich merke es jetzt schon, empfangen darf. Und ich möchte euch gerne einladen, uns gemeinsam, wir uns alle gemeinsam hineinzuführen in die Meditation. Und das geht mittels des kleinen Atmens durch die Nase und durch den Mund, also ein durch die Nase und aus durch den Mund, sodass wir also gemeinsam in unseren inneren Raum gelangen. Wir atmen gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und mit jedem Atemzug lassen wir ein Stück los aus unserem Alltag. Alles, was uns belastet, hat jetzt keinen Platz und keinen Raum mehr. Und wir kommen immer mehr und mehr hinein in unseren inneren Raum, in unsere innere Stille, unser Sein, sodass wir ganz ruhig den nun folgenden Klingen lauschen können. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir lassen die Klinge noch nachwirken, nachhallen in unserem inneren Raum und spüren die Gewaltige Energie, die Transformationsenergie durch Erzengel Zadkiel. Er hat uns mit auf eine Reise genommen, ja und vielleicht spürt ihr es, das eine und das andere hat sich tatsächlich gewandelt. Und so atmen wir wieder gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und mit jedem Atem zu kommen wir zurück in das Hier und das Jetzt. Ja, das war jetzt doch auch sehr besonders. Transformationsenergien wandeln und das Verwandeln, das kann manchmal ganz einfach sein, manchmal zieht es sich auch ein wenig. Das wird der eine oder andere von euch sicherlich kennen. Danke an euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und danke an Erzengel Zadkiel und die Energien, die uns alle begleitet haben. Und ja, ich freue mich sehr, wieder als Klangbrücke zu euch fungieren zu können. Beim nächsten Mal der Klangschlüssel zu deiner Seele oder zu deiner Seele. Ja, das ist mir ein Herzensbedürfnis und das ist mein Herzensprojekt, was sich dahinter auch verbirgt. Und ich spiele sehr, sehr gerne für euch und das ist immer sehr schön zu spüren, dass ihr auch sehr stark mit dabei seid und das begleitet. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch heute einen schönen Tag. Mein Name ist Saskia Horn und ich freue mich wieder auf das nächste Mal und für euch spielen zu dürfen. Namaste.